1993 wurde das erste GNU-Linux-Betriebssystem veröffentlicht. Patrick Volkerding, der Entwickler, ein Entwickler aus den USA, hat sich an verschiedenen Unix-Betriebssystemen beteiligt und wollte diese erweitern und verbessern und hat dann 1993, im Juli 1993, sein erstes Betriebssystem veröffentlicht unter dem Namen Slackware. Gleich einen Monat später hat ein Kollege von ihm, der Ian Murdoch, ebenfalls aus denselben Beweggründen, nämlich die Unix-Betriebssysteme weiter zu verbessern, ebenfalls ein Betriebssystem veröffentlicht, nämlich Debian. Aber die Original Nummer 1 ist Slackware. Slackware ist somit das erste Betriebssystem, das den Linux-Kernel von Linus Torvalds überhaupt verwendet hat. Hier auf der Wiki-Seite, auf Wikipedia, kann man wunderbar die Geschichte von Slackware nachlesen. Man sieht auch immer wieder die Verwendung des Kürzels KISS. Keep it simple, stupid. Ja, das ist das Prinzip, mit dem Slackware erstellt wurde, so einfach wie möglich zu halten. Ich glaube, das würden heutzutage die Leute ein bisschen anders sehen, wenn man jetzt sieht, wie umständlich es dann doch ist, das Betriebssystem Slackware zu installieren. Wir installieren Slackware heute in der Version 14.2. Diese Version ist im Juli 2016 veröffentlicht worden, ist schon eine Weile her. Viele Slackware-Fans warten ja schon sehnsüchtig auf die Version 15, die vom Entwickler bereits seit zwei Jahren schon angekündigt wurde. Ja, nichtsdestotrotz ist das mal ein schöner Einblick auch in die Vergangenheit mit einem, ja, schönen alten KDE-Desktop. Also schnappt dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntags, Zeit für Sonntags-OS und ich habe mich jetzt hier mal an ein Betriebssystem gewagt, das das älteste GNU-Linux-Betriebssystem überhaupt ist und ja, das wahrscheinlich nur unter ein paar Nerds wirklich so ein bisschen Beliebtheit hat. Ob das Betriebssystem denn überhaupt brauchbar ist für den Alltag und für wen das zu empfehlen ist, das finden wir alles jetzt so im Laufe dieses Videos heraus. Und zu allererstes widmen wir uns mal der Installation. Anders als früher wird Slackware eben nicht mehr auf 51 Disketten geliefert, sondern man kann es als ISO-Datei herunterladen und man sieht hier auch schon auf diesem Display, ich habe die CD jetzt quasi eingelegt und das ist das erste Display, was man dann sieht. Da kann man sich hier schon mal ein bisschen durchlesen, was auf einen zukommt. So, Linux-Kerne 4.4.14, das ist ja ein ziemlich alter Kerne, sorgt dafür, dass Slackware auch heute noch auf wirklich sehr, sehr alten Computern nutzbar ist. So, wenn wir jetzt hier einmal so drin sind, drücken wir einfach mal Enter, ohne irgendetwas zu machen. So, und dann lädt er jetzt auch in die Installationsroutine ein. Als allererstes möchte er wissen, welches Keyword ich verwende. Ich verwende nicht das Original-US-Keyword, deswegen werde ich jetzt hier einfach mal das Layout ändern auf querz.de. So, ich wähle No Dead Keys. Ja, also Ö, Ä und Ü und die Umlaute und SZ funktionieren leider nicht. Warum auch immer das so ist, ich weiß nicht, ob das auf einer richtigen Maschine, wenn man das also auf einem echten Rechner installiert, ob das dann auch so ist oder ob das jetzt hier nur in der virtuellen Maschine so ist, weiß ich nicht. Aber ich lasse das jetzt einfach so, drücke die 1, um das Ganze zu bestätigen und komme hier jetzt in den Willkommensbildschirm. Willkommen bei der Slackware Linux Installations Diskette oder Disk. Und hier auf dieser Seite werden schon einige wichtige Informationen dargelegt. Zum einen müssen wir jetzt gleich die Festplatte selber partitionieren und erstellen. Und zum anderen müssen wir dann das Setup manuell starten. Auch wenn das jetzt hier direkt in der Konsole ist, es wird nicht direkt in der Konsole installiert. Wir kommen nachher schon zu einem grafischen Installer, der allerdings ebenfalls auf einer Konsole basiert. Als erstes loggen wir uns ein mit Root. Dazu müssen wir mal kurz hier reinklicken. Root. Und dann mit LSBLK schauen wir erst mal an, wie unsere Festplatte heißt. Wir sehen jetzt hier einmal SR0, das ist im Prinzip unsere Live-Umgebung. Und SDA, das ist unsere freie Festplatte mit 50 GB. Und diese werden wir jetzt einmal formatieren. Und zwar öffnen wir dazu ein kleines Programm, das nennt sich CFDisk. Man kann auch einfach nur FDisk nehmen, das ist dann reinkonsolenbasiert. Und so haben wir eine leichte grafische Oberfläche hier. So, wir nehmen DOS. Wir brauchen also kein GPT, weil wir wirklich Legacy BIOS haben. Also wähle ich hier DOS aus. Gehe hier auf Freespace, einfach auf Enter. Und jetzt werde ich gefragt, welche Größe, welche Partitionsgröße ich haben möchte. Ich würde sagen, wir werden mal noch eine 2 GB Swap Partition mit erstellen. Als Primary. Dann gehe ich auf Typ und sage Linux Swap. So, dann ist das schon mal erstellt. Und dann nehme ich den Rest, New, die 48 GB. Die nehme ich komplett. Primary. Linux. Partitionstyp Linux ist schon drin. Ist schon eingetragen. Standard. Das ist super. Wir machen diese Partition dann auch bootable. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir dann hier die Boot-Flag quasi setzen. Indem ich hier einfach auf bootable klicke. Dann seht ihr oben. Ich kann es leider mit der Maus nicht zeigen, weil hier keine Maus ist. Seht ihr, bei boot ist so ein kleines Sternchen. So, dann auf Schreiben. Einmal Yes eintippen und Enter. Und damit ist die Partition erstellt. Und wir können mit Quit das Ganze wieder verlassen. Ich räume mal schnell auf. Mit STRG L kann ich hier das Display wieder aufräumen. Und nochmal mit LSBLK schauen wir, wie die Partition jetzt aussehen. Das heißt, aus der SDA geht es jetzt weiter runter. SDA 1 ist unsere Swap-Partition und SDA 2 ist unsere Root-Partition. Also die ganz normale Partition. So, jetzt müssen wir das Ganze noch einhängen. Obwohl, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich gebe jetzt einfach mal Setup ein. Ja, brauchen wir gar nicht. Genau. So, jetzt bei Setup. Wenn ich Setup eingebe, befinden wir uns in der Installationsroutine. Und die sieht doch schon ein bisschen übersichtlicher aus. Hier arbeitet man sich jetzt einfach von oben nach unten durch. So, Read the Slackware Setup Help File. Hier können wir dann nochmal, falls wir nicht weiter wissen, einfach mal die Hilfe-Dateien uns anschauen. Ich habe hier neben mir natürlich noch einen zweiten Monitor. Da habe ich auch das Slackware Wiki offen, sodass ich das Ganze als Sheet-Sheet nutzen kann. Also öffnen wir das jetzt hier nicht. Sondern wir werden jetzt nochmal unsere Tastatur hier anpassen. Denn auch wenn wir sie gerade eben schon eingestellt haben, müssen wir ja jetzt während der Installation auch sagen, wie die neue Tastatur überhaupt dann abgespeichert werden soll. Okay. So, hier brauchen wir es nicht nochmal testen. Ich sage direkt 1. So, hier hat er auch schon die Swap-Partition erkannt. Die SDA 1. Und fragt mich, ob ich das auch als Swap-Partition haben möchte. Ich sage OK. Dann wollen wir einen Check auf ungültige Blöcke machen, während der MK-Swap macht. Ja, können wir ruhig machen. Das dauert dann nur eine Sekunde länger. So, dann hat er Swap-On gemacht. Damit wurde das... Also jetzt fragt er mich, ob er das Ganze dann auch in die FSTab-File schreiben darf. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht es weiter mit der Linux-Partition SDA 2. Die wollen wir formatieren. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Wir haben ja erstmal nur die Partition erstellt. Und wir nehmen XT4. Damit können wir erstmal nicht viel verkehrt machen. Das ist auch irgendwie das Einzige, was so richtig gut funktioniert hier auf Slackware. Alles andere habe ich leider nicht hingekriegt. So, einmal auf OK. Und jetzt fragt er mich, was denn die Installationsquelle ist. Ich habe eine ISO-Datei, also eine CD eingelegt. Und diese soll er mal automatisch scannen. So, warten wir kurz ab. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. So, da ist es auch schon. Und hier haben wir jetzt eine Reihe von Sachen angehakt. Auch mit den Buchstaben davor. Das wird auf der Slackware-Wiki-Seite ziemlich gut erklärt, was das bedeutet. Also A ist das Basisbetriebssystem. Und mit AP, also das P dazu, bedeutet, dass noch einige Anwendungen hinzugefügt werden, die jetzt keine grafische Oberfläche brauchen. Ich nehme mal an, da wird sowas wie Nano, Vim und so weiter. Und noch diverse Konsolentools mit installiert. Ja, dann die Entwicklungsumgebungen für C, Perl, Lisp und so weiter. GNU-EMIX, das ist ein Entwicklungsprogramm, so eine IDE könnte man sagen. Die wird hier mit installiert. Das können wir auch machen. Dokumentation, die Kerne. So, hier steht International Language Support für KDE. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Haken reinmachen, weil wir sind ja nicht Native Amerika, sondern Native Deutsch. Und da brauchen wir, wir sind also international, also müssen wir da einen Haken reinmachen. Sonst kriegen wir die deutsche Sprache nicht. Ach, alles andere kann auch so bleiben. System, Bibliotheken, das Windows-X-System, Applikationen, die Desktop-Umgebungen und Spiele. Ja, können wir einfach alles lassen, wie es ist. Dann einmal auf OK. Und hier möchte er jetzt wissen, ob ich eine volle Installation haben möchte oder ob ich dann das Ganze auch nochmal aussuchen möchte, welche Pakete denn zu installieren sind. Und der Einfachheit halber lasse ich einfach auf Full-Installation. Und so wird er jetzt im Prinzip alles installieren, was er findet. Und das kann durchaus jetzt einen Moment dauern. So circa 10 Minuten. Und ja, dann warten wir einfach mal ab. Während der Installation werden wir gefragt, ob wir denn einen USB-Flash-Boot-Stick erstellen möchten, um dann auf das Betriebssystem zugreifen zu können. Das wollen wir nicht, sondern wir überspringen das Ganze einfach mit OK. Und jetzt soll der Bootloader installiert werden. In der Vergangenheit kennen wir wahrscheinlich Grub als einzigen Bootloader, den es so gibt. Ja, Slackware nutzt hier Lilo, den Linux-Loader, als generischen Bootloader. Und hier sagen wir OK, der soll den automatisch installieren und konfigurieren. Hier möchte er jetzt wissen, wie die Standard-Konsole, also bevor ich die grafische Oberfläche gestartet habe, kann ja Linux auch als Konsole, als TTY gestartet werden. Und hier möchte er jetzt wissen, wie im Lilo diese Konsole konfiguriert werden soll. Mit welcher Auflösung, Farbanzahl und so weiter. Und ich nehme hier einfach das erste, Standard-Linux-Konsole, the safe choice. Da können wir nichts verkehrt machen. So, hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, optionale Kernel-Parameter anzuhängen. Das brauchen wir nicht. Und hier möchte er wissen, ob ich denn UTF-8 in der Konsole als, ob ich denn UTF-8 verwenden möchte mit der Konsole. Hier steht jetzt no is the safe choice hier. Ich sage aber ja, da wir mit unserer deutschen Tastatur durchaus UTF-8 benötigen. So, hier wird jetzt noch gefragt, wo Lilo denn hin installiert werden soll. Entweder auf den Master Boot Record oder auf einer separaten Floppy oder auf einem sogenannten Superblock. Also es sind alles noch so Sachen aus uralter Zeit, als das Ganze wirklich noch eine Rolle gespielt hat. Wir werden hier auf jeden Fall das Ganze auf den Master Boot Record installieren. So, jetzt kommen wir noch zur Maus. Hier können wir den Standard einfach so lassen. Und hier möchte er wissen, ob GPM beim Starten des Gerätes geladen werden soll, um die Maus im Prinzip anzusprechen. Und da sage ich natürlich ja. So, jetzt kommen wir zur Netzwerkkonfiguration. Einmal bitte das Netzwerk konfigurieren und den Hostname festlegen. Dann nehme ich den Hostname einfach Slack. Okay. Und die Domain, das ist dann das, was dahinter kommt. Slack, da sage ich einfach Local ist die Domain. Da könnt ihr hinschreiben, was ihr wollt. So, DHCP-Server, soll dieser verwendet werden für das interne Netzwerk? Ja, bitte. Und hier steht auch noch mal Setup Hostname. Auch hier sage ich noch mal Slack. Und dann sage ich Ja. Jetzt kommen wir zu den Diensten. Bei Ubuntu, Debian und Co. kennt man ja als Dienste-Server oder als Init-Programm ist ja System-D. Ja, wo man dann mit System-CTL und so weiter oder System-CTL kann man dann spezielle Dienste ansprechen, ob die automatisch gestartet werden sollen oder nicht. Und hier ist kein System-D installiert, sondern hier ist noch das uralte RC, was glaube ich jetzt auch OpenRC heißt, das auch bei Gen2 zum Beispiel Standard-Init-System ist. Und RC steuert im Prinzip alle Dienste, die beim Starten automatisch geladen werden sollen. Zum Beispiel den Printer-Server, den CUPS-Server. Ja, wenn du also einen Drucker anschließen möchtest oder überhaupt vorhast auch zu drucken, sollte auf jeden Fall der CUPS-Service mitgestartet werden. Ansonsten kannst du nämlich keinen Drucker einrichten. Und so kann man dann jetzt hier diverse Dienste aktivieren. Auch einen kleinen Apache Web-Server hat er schon vorinstalliert und kann ihn hier als Dienst mit aktivieren. Das lassen wir jetzt aber alles mal so, wie es ist. Ich werde da jetzt hier erstmal nichts weiter aktivieren oder deaktivieren. SSH und System-Log-Dateien, also das System-Logging-Tool, ist schon standardgemäß aktiviert. So kann ich auch, gerade bei SSH kann ich dann auf einer anderen Maschine direkt auf meinen Slackware drauf schalten. Wir lassen aber alles so, wie es ist. Drücken OK und möchte jetzt noch ein paar Screen-Fonts, also noch ein paar alternative Schriftsätze hinzufügen. Da sage ich, ja, wir können ja mal schauen, was er hier so hat. Aha. Sagt mir jetzt erstmal so alles nichts, aber wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen von euch, der jetzt sagt, oh ja, diese Schriftarten und so weiter, die kenne ich, die sind wichtig oder auch nicht. Ich scrolle jetzt hier einfach mal schnell durch mit der Bild-Nach-Unten-Taste, kann ich hier immer weiter blättern. So, da haben wir hier diverse Fonts. Aber ich würde sagen, wir lassen alles so, wie es ist, mit Tab auf Cancel. Hardware-Clock ist set to local time. Da sage ich, ja. Und hier wähle ich jetzt meine Zeitzone aus. Das ist Europa und wieder nach oben Berlin. Jawohl. Und hier kann ich jetzt die Desktop-Umgebung aussuchen, welche ich denn haben möchte. Da gibt es einmal KDE, das ist Standard. Dann XFCE kann ich auch als Desktop-Umgebung, die ist noch ein bisschen leichter als KDE, falls KDE dann doch für das Gerät, wo ich Slackware nutze, dann doch ein bisschen zu kräftig ist, kann ich XFCE nehmen. Einfach, wer das mal ausprobieren möchte, ist es sicherlich gut mal zu empfehlen, sich da mal reinzufuchsen. Aber wir starten jetzt KDE. Hier stellt er gerade fest, dass Root noch kein Passwort hat. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Ich sage, ja. Ich möchte ein Root-Passwort vergeben. Und ich nenne das Root-Passwort Root. Und Root, so. Und Root, ja, weil er gesagt hat, nee, ist zu kurz. So. Und, ja, damit bin ich auch schon fertig. Einmal auf OK. Und dann kann ich das System neu starten. Ich weiß gar nicht, der hat ja jetzt gerade gesagt, ja, okay, dann machen wir einfach mal Exit Slackware. Please remove the Installation Disk. Das machen wir gleich mal noch. Einmal hier rüber. SATA. Auswerfen das Ding. Speichern. OK. Reboot. Ja, hier Reboot. Start Rebooting. So. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze geklappt hat. So. Hier ist dann unser, ja, Lilo. Das ist Lilo tatsächlich. Oben rechts siehst du das Wort Linux. Hier könnten tatsächlich mehrere, ja, Sachen aufgelistet werden. Zum Beispiel, wenn du Slackware neben Windows installierst, wird tatsächlich da drunter, unter oder über Linux auch noch Windows auftauchen. Deswegen steht da auch darüber OS Selection. Aber Linux ist das einzige Betriebssystem, was ich jetzt hier installiert habe. Und deswegen werde ich einfach Enter drücken. Und dann wird der Linux Kernel geladen. Und dann schauen wir mal, ob das alles wunderbar funktioniert hat oder ob wir hier irgendwelche Fehlermeldungen haben. Und dann schauen wir mal, ob das alles klappt hat oder ob das alles klappt hat. Und es hat geklappt. Wir sind jetzt auf unserer Login-Shell. Hier steht Slack Login. Hm, jetzt wunderst du dich vielleicht, hä, da hatten wir nicht eben KDE irgendwie ausgewählt als Desktop-Umgebung. Müssten wir da jetzt hier nicht eigentlich KDE sehen und starten. Oh, guck mal, ich habe jetzt hier sogar eine Maus. Wie cool ist das denn? Ja, das ist durchaus richtig. Allerdings müssen wir das Ganze erstmal noch einstellen. Und KDE muss dann auch manuell gestartet werden. Als allererstes loggen wir uns mal ein mit Root. Und dann gibt es hier ein Zitat. Ja, Zitat. Some husbands are living proof that a woman can't take a joke. Okay. Ja, alter Daddy-Joke. So. Wir machen mal ein bisschen sauber. Ich kann mal gucken. Ich kann es leider nicht größer machen. Ich hoffe, man sieht es trotzdem ganz gut. So. Es gibt nämlich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir erstmal machen müssen. Als allererstes möchte ich mal schauen, ob wir Wim installiert haben. Jawohl, haben wir. Sehr schön. Das ist nämlich mein Lieblingstext-Editor, den ich gerne verwende, um Konfigurationsdateien und Textdateien anzuzeigen. So. Als allererstes müssen wir nochmal unsere Sprache auch festlegen. Wir hatten zwar die Zeitzone festgelegt und auch die Tastatur. Allerdings haben wir die Systemsprache noch nicht konfiguriert während der Installation. Und das machen wir in einer kleinen Skript-Datei, die schon vorliegt. So. Dazu öffnen wir Wim. Wim ist mein Standard-Editor. Dann etc. slash profile.d slash lang.sh Und hier ist festgelegt, welches unsere Default-Sprache ist. Und hier in dem Falle möchte ich eintragen.de-de für Deutsch. Noch .utf-8. Ja, damit zum Beispiel Umlaute und SZ und so weiter ebenfalls angezeigt werden können. So. Das sollte uns erstmal reichen. Dann einmal speichern und schließen. Und einmal Bildschirm aufräumen. So. Das nächste, was wir machen, wir sind ja jetzt als Root-User eingeloggt. Das Root ist aber eher nur wirklich für systemweite Konfigurationen sollte man nutzen. Man sollte Root nicht als Standard-Nutzer benutzen, unter keinen Umständen. Deswegen werden wir jetzt einen Nicht-Root-User einfach hinzufügen. Und Slackware hat da ein kleines Tool entwickelt, nämlich einfach add user. Nicht zu verwechseln mit user add. Mit user add ist der ganz normale Befehl, wo man dann manuell über eine Command-Line entsprechend den Benutzer und seine dazugehörigen Gruppen anlegen kann. Und add user, also genau umgekehrt, ist das kleine Tool. So. Und dann fragt er mich jetzt, wie lautet denn der Benutzer? Das ist einmal Typ. Dann möchte er die UUID haben. Da lassen wir aber den Standard. Das soll er selber festlegen. Die initiale Gruppe soll Users sein. Zumindest ist das der Standard. Das sagen wir auch ist okay. Und jetzt fragt er hier. Users can belong to additional groups on the system. Und das werden wir jetzt auch gleich nochmal machen. Wir werden dem User-Typ noch ein paar Gruppen hinzufügen, die wir nämlich brauchen. Hier steht jetzt unten Press Enter to continue without adding additional groups, also ohne irgendwelche zusätzlichen Gruppen hinzuzufügen. oder die Pfeil-Hochtaste, um ein paar Gruppen hinzuzufügen. Ich habe jetzt einfach die Pfeil-Hochtaste gedrückt und sehe hier schon einen Standard, den er schon ausgewählt hat. Zum Beispiel Audio, CD-ROM, Floppy. Gut, Floppy habe ich jetzt hier nicht drin. Plug-Dev ist die, also Audio, nur um kurz zu den Gruppen zu erklären. Mit Audio habe ich die Möglichkeit als Nutzer, als ganz normaler Nicht-Root-Nutzer, eben Audio-Dateien einzustellen, zu konfigurieren, wie zum Beispiel ein Mikrofon anzuschließen oder einen Lautsprecher. Genauso mit CD-ROM und Floppy, ich darf diese Geräte eben einbinden und bedienen. Bei Plug-Dev, das betrifft dann sämtliche Geräte, die ich an das Gerät anschließe, darf ich eben auch als Nicht-Root-Nutzer bearbeiten. Video ist ebenfalls die Video-Kodex, darf ich bearbeiten und konfigurieren. Power-Management, also sprich Ausschalten, Anschalten, Hibernate und so weiter, kann ich ebenfalls als Nutzer machen. Die Netzwerke darf ich konfigurieren. LP ist der Drucker, also Linux-Printing. Ich darf also Drucker einstellen und nutzen, ebenso wie Scanner. Eins fehlt mir allerdings noch und zwar ist das noch Wheel. Wheel ist dann die Möglichkeit, meinen Nutzer auch zum Root-Nutzer zu machen, nämlich mit dem Sudo davor. Das kennen wir schon von anderen Betriebssystemen, einfach Sudo und dann eben einen Befehl, den nur der Root-Nutzer darf. Und dazu ist die Wheel-Group notwendig, das müssen wir aber gleich noch konfigurieren. So, dann die Home-Directory, also der Home-Ordner soll Home-Typ sein. Das schlägt er mir vor, das ist auch okay. Die Shell ist die Bin-Bash-Shell, das ist auch okay. Und als Ablaufdatum könnte ich hier festlegen, dass ich das Ganze nur für einen Monat oder so, das lasse ich frei. Denn ich möchte den unendlich lange haben, diesen Nutzer. Und so sieht dann die Zusammenfassung aus. Und ich kann das Ganze jetzt entweder abbrechen oder einfach mit Enter diesen Account erstellen. Und hier sehen wir auch schon, wird alles schon auf Deutsch eingestellt. Oder zumindest hat er das Locale hier schon erkannt und hier werde ich schon auf Deutsch gefragt. Vollständiger Name ist, ja wir können das mal machen, so ein Typ im Internet. Zimmernummer haben wir nicht, Telefon auch nicht, Telefon. Im Prinzip kann das auch alles frei bleiben. Dann ein schweres, super kompliziertes Passwort für den Nutzertyp. Und damit sind wir fertig. Der Typ Benutzer ist angelegt. Das heißt, ich kann jetzt hier raus aus dem Root und melde mich jetzt mit dem Benutzertyp an und dem besonders komplizierten Passwort. Und schon bin ich als Usertyp drin. So, wenn ich pwd mal eingebe, das ist dann die Parent Working Directory. Sagte mir auch schon, in welchem Ordner ich mich gerade befinde. Nämlich im Home-Typ-Ordner. Den hat er nämlich quasi auch schon automatisch erstellt. Hervorragend. Jetzt können wir auch mal weitermachen. Ich wundere mich gerade, ob Sudo überhaupt funktioniert. Wir gucken mal. Sudo-Wim. Ja, perfekt. Das funktioniert also. Ja, das Sudo. Wenn ich das Passwort eingehe. Ah, okay. Dann doch nicht. Typ ist nicht in der Sudo-Datei. Und das müssen wir erst mal ändern. Damit werde ich jetzt erst mal wieder auf Root mich ummelden. Und jetzt einmal auf VE-Sudo eingegeben. Und dann habe ich hier die Sudo-Datei. Denn ich muss jetzt noch sagen, dass mein Benutzertyp auch Chefsachen machen darf. Und da suche ich jetzt eine Line raus, die sich nennt Real. Hier haben wir es. Real, all, all, all. So, da haben wir es. Real, all, all. Denn das hatten wir ja auch in der Gruppe hinzugefügt. Dann einmal Escape. Doppelpunkt. Schreiben. Beenden. Und fertig. Dann einmal sauber machen den Bildschirm. Und dann wieder zurück zum Benutzertyp. So. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Sudo Vim. Einfach mit Sudo irgendwas öffnen. Und es hat funktioniert. Ja. Vim lässt sich jetzt auch als Root-User öffnen. So einfach geht das. Das sind übrigens so kleine Linux-Grundlagen. Die funktionieren auf quasi jedem Linux-Betriebssystem. So wie wir das jetzt hier gemacht haben. Auch mit der Sudo-Einrichtung und so weiter. So. Dann weiter. Wieder zurück. So. Als nächstes. Das war jetzt so der erste Streich. Wir haben jetzt also nach der Installation erstmal einen neuen Benutzer angelegt. Und diesen Benutzer auch zum Chef gemacht. Als allernächstes müssen wir das System mal updaten mit aktuellen, ja mit den aktuellen Versionen. Denn wir haben ja alles aus der CD installiert. Und möglicherweise sind die Dateien nicht mehr up to date. Bevor wir aber ein Update machen können, müssen wir erstmal unsere Mirrors, also unsere Spiegel-Server, entsprechend einstellen. Und das kann ich mit sudo, und da brauchen wir sudo, nehme ich jetzt, dann wim und dann auf etc slash jetzt slack pkg slash mirrors. Hier sind unsere ganzen Spiegel-Server aufgelistet. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen runterscrolle, sehen wir jetzt aus aller Herren Länder die Spiegel-Server. Hier ist auch Deutschland. Ja, da sind einige, wenn wir hier gucken, aus der Universität Berlin, Technische Uni Chemnitz und so weiter und so fort. Aber ich weiß ja nicht, welcher jetzt der schnellere Server ist. Ich möchte, dass das Slackware selber herausfindet und werde ganz einfach hier diesen oberen Mirror hier jetzt automatisch entkommentieren, sodass dieser aktiviert ist. Und damit sucht Slackware automatisch den mir am nächsten gelegenen, schnellsten Mirror. Ja, gut, dann einmal Doppelpunkt wq, also schreiben und beenden. Dann einmal wieder raus. Und dann können wir jetzt als nächstes erstmal unsere Schlüssel updaten mit sudo slack pkg. Das ist im Prinzip unser Package-Manager. Update. Und jetzt gucken wir erstmal gpg. So, Slack pkg ist hier leider nicht zu finden bei dem Benutzertyp. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal auf user root wechseln. Das machen wir mit Slack pkg und dann update gpg. Das sind diese GnuPublic Keys, sage ich mal. So, dann schauen wir mal. Und hier kommt eine Fehlermeldung. Fehler 302 nicht gefunden. Denn, ich schaue mal, ob wir überhaupt Internet haben. Ja, das funktioniert also. So, aber der hat die Seite 302, die ATPTP-Anforderungen nicht gefunden. Also werden wir mal einen anderen Mirror auflösen oder versuchen aufzulösen. Ich schaue mal schnell, woran es liegt. So. So, kurz Feedback. Es hat jetzt geklappt. Und zwar habe ich einfach die FU Berlin genommen. Und zwar den FTP-Server von der FU Berlin. Scheinbar hat das mit dem Original Slackware-Server nicht geklappt mit der Verbindung. Der konnte die Seite immer nicht finden. Da habe ich jetzt einfach nochmal die Mirrors-Konfiguration geöffnet. Habe einfach eine FTP-Server ausgewählt. Das sieht man hier oben noch. FTP, FU Berlin. Da habe ich jetzt hier einfach die Raute entfernt. Und jetzt konnte er auch dann den Key hinzufügen und speichern. Und dann können wir jetzt quasi weitermachen mit unserem Update. Ja, also da nicht verzagen, wenn es mal solche Fehler kommen oder Fehlermeldungen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das geht dann meistens schon. So, als nächstes nochmal Update. Genau. Jetzt sieht das nämlich schon ein bisschen besser aus. Jetzt werden nämlich die ganzen Mirror-Listen quasi abgeglichen mit dem, was ich hier auf dem System habe. Und das ging auch relativ schnell. Und jetzt als nächstes updaten wir das System in Slack-PKG-Install-New. Ich folge hier quasi der Anweisung auf dem Wiki. Und zwar habe ich mit Install-New, habe ich jetzt einfach nochmal geschaut, ob irgendwelche neuen Pakete installiert werden müssen nach dem Update. Also zuerst werden die Listen abgeglichen mit den Online-Listen, die Miro-Listen. Und dann mit Install-New überprüft mein Paketmanager Slack-Package hier auf dem System, ob jetzt auf den neuen Listen irgendeine Software ist, die jetzt noch neu mit installiert werden muss. Und er hat jetzt hier geschrieben, nein, ist es weiter nichts notwendig. Und dann können wir jetzt das nächste machen, nämlich Slack-Package und dann Upgrade-All. Upgrade-All. Somit werden jetzt alle Pakete auf eine neue Version gebracht. Und hier zeigt er mir jetzt auch an, welche Pakete das denn alles sind, welche er jetzt upgraden möchte. Das ist so ziemlich alles, was ich installiert habe. Inklusive sogar der Linux-Kernel wird hier geupgradet, ja, der Generic-Kernel. 4.4 ist ja der aktuellste Kernel, den wir haben, aber hier wird dann einfach die Unterversion auf 2.2.7 auch nochmal geupgradet. Und ja, das machen wir mal und dann warten wir mal ein bisschen ab, was passiert. Das kann jetzt wieder einen kleinen Moment dauern. Also macht euch am besten noch einen kleinen Tee und lehnt euch zurück, denn es ist nicht mehr lange hin. Dann werden wir uns das erste Mal auf KDE einloggen. So, während der Installation wird man gefragt, ob Slack-Package jetzt auch Lilo nochmal starten soll. Das liegt daran, weil der Kernel geupdatet wurde und Lilo muss entsprechend aktualisiert werden, sodass beim nächsten Neustart auch die neue Kernel-Version entsprechend gestartet wird. Ich sage damit einfach Ja. Und hier werde ich jetzt gefragt, wie mit den Konfigurationsdateien umgegangen werden sollen. Ich sage einfach O für Overwrite. Und damit ist das Upgrade auch zu Ende. Das kann je nach Internetgeschwindigkeit und Rechnergeschwindigkeit durchaus 10 bis 20 Minuten dauern. Gut, damit hätten wir so ziemlich fast alles soweit fertig, um das System quasi nutzen zu können. Es wird auf jeden Fall noch empfohlen, sich um die Grafiktreiber zu kümmern. Denn wenn du eine NVIDIA-Karte hast, dann möchtest du statt dem Open-Source-Nouveau-Treiber vielleicht auch die proprietären Treiber von NVIDIA nutzen. Auch hier kannst du im Slackware-Wiki, also in der Dokumentation, nachlesen, wie du das Ganze installieren kannst. Ebenso bezieht sich das auch auf AMD-Radeon-Treiber, wenn du dort lieber den Original-Radeon-Treiber nutzen möchtest. Sollte das Internet nicht funktionieren oder das Netz nicht richtig funktionieren, es funktioniert ja hier, wir haben ja die Updates durchgeführt, aber sollte es nicht funktionieren, findest du ebenfalls auch nochmal eine genaue Anleitung, wie du zum Beispiel WLAN in der Konsole hier einrichten kannst und auch automatisch starten kannst. Das Netzwerk an sich oder die Netzwerkeinstellung haben wir ja schon während der Installation konfiguriert, deswegen brauchen wir das entsprechend nicht weiter uns drum kümmern. Wir kommen jetzt zum letzten Schritt. Es ist ja so, wenn wir das Linux hier starten, Slackware starten, dann werden wir immer in die Konsole rein starten. Das ist aber nicht das, was wir möchten, sondern zukünftig möchte ich, wenn ich den Rechner einschalte, oder hier in dem Falle die VM, möchte ich, dass automatisch KDE gestartet wird. Und als allererstes müssen wir erstmal festlegen, welches Fenstermanagement denn automatisch gestartet werden soll. Und das geht recht einfach mit xwm-config. Und hier kann ich auch nochmal auswählen, welches die Standard-Desktop-Umgebung sein soll. Das kann ich nämlich später auch immer wieder ändern. So, wir hatten aber schon bei der Installation KDE ausgewählt, also auch hier OK und mit STRG-L kann ich den Display hier nochmal aufräumen. So, dann werden wir jetzt einmal einen Blick in die sogenannte init-tab-Datei werfen. init-tab gucken wir uns einfach mal an und dann erkläre ich auch kurz, was das ist. slash etc slash und dann init-tab. So, init-tab ist die Initialisierungstabelle. Hier wird quasi festgelegt, wie das System starten soll. Und hier ist auch wunderschön erklärt, wie die sogenannten Run-Levels sind. Nutzer von den Leuten, die Linux schon in den 90er Jahren nutzen oder schon kennengelernt haben, die wissen, glaube ich, ungefähr noch, was die Run-Levels so bedeuten, denn das ist so eines der ersten Sachen, die man halt so kennenlernt, nämlich die Default-Run-Levels. So, Run-Level Nummer 3 bedeutet, das System startet automatisch in die sogenannte TTY, also in die Textkonsole, so wie wir es jetzt eben auch hatten. Das wollen wir aber nicht, denn wir wollen die Standard, als Standard möchten wir die 4 haben. 4 bedeutet x11 mit KDM, ja, sehen wir hier oben, x11 mit KDM, GDM, XDM, Session Managers. So soll in dieses Init soll der reinladen, oder auf diesen Run-Level soll der automatisch reinladen. Das werden wir jetzt hier auch einstellen, dann einmal Escape und WQ, also W für Schreiben, Q für Quit. Und dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Wir können jetzt einmal StartX schreiben, StartX. Und, et voilà, jetzt startet KDE und richtet sich schon mal schön ein. Hm, schöne Überblendeffekte. Ist auf dieser Maschine ein bisschen, auf der virtuellen Maschine ein bisschen langsam. So, aber grundsätzlich sind wir soweit bereit, loszulegen. So, das hat jetzt das Ganze noch ein bisschen gedauert. So, wie man sieht, ist auch alles soweit auf Deutsch schon eingestellt. Ich sehe aber, ich bin immer noch als Benutzer-Root angemeldet. Und da wir hier eine ziemlich krasse Systemänderung hinter uns haben, würde ich vorschlagen, werden wir den Rechner erstmal neu starten. Und einmal neu starten. Und hier einmal Enter gedrückt. Und schon sind wir direkt auf dem Anmelde-Bildschirm von KDE. So, Anmeldung mit... Ah, hier hat er die englische Tastatur jetzt noch... ...sehe ich gerade. Das ist gut zu wissen. Einmal anmelden. Und das Erste, was ich mache, ist in den Einstellungen... ...den, äh, die Display-Einstellungen erstmal noch anpassen. Anzeige und Monitor. ...Größe und Ausrichtung. Und wir machen... ...Full HD. Einrichtung beibehalten. Und fertig. Sehr gut. So, ja, herzlich willkommen bei KDE 4. 4.20, glaube ich. Wir können ja mal ganz fix ein KDE-Programm öffnen. Einen Dienstbuch. Ach, ich glaube, da müssten wir hier einfach das hier mal öffnen. Dolphin. Und dann... ...können wir unter Hilfe... ...über KDE. So, und hier haben wir... ...ach, noch nicht mal 4.20, 4.14 ist das KDE. Und Slackware soll dann ab der Version 15, zumindest ist das soweit angekündigt, dann auch in der Plasma-Version 5 erscheinen, was dann das etwas modernere KDE ist. Ja, das ist so das klassische alte KDE, so wie wir es kennen. Auch schön mit diesen Überblend-Effekten, mit diesen Transparent-Effekten, der hier in der virtuellen Maschine alles so ein bisschen ausbremst. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Wir können die Arbeitsflächeneffekte jetzt hier für diesen Fall einfach mal schnell abschalten. So. Altumschalt F12. Perfekt. So, und jetzt, genau, ist das Ganze ein bisschen responsiver. Und anwenden, jawohl. So, schauen wir doch mal nach, was wir jetzt hier so alles machen können. So weit wie ich das sehe, haben wir kein Internet. Einstellung für die Netzwerkverwaltung. Start Browsing. Doch, wir haben Internet. Auch wenn der Netzwerkmanager jetzt hier unten nicht funktioniert, Internet haben wir. Hier, jawohl, sieht gut aus. Ich könnte das jetzt hier noch anpassen. Aber wir gehen einfach mal direkt auf slackware.org. Nein, falsche Seite, komm. So, das ist die richtige Seite, slackwerk.com. Und ja, werfen wir doch mal ganz fix einen Blick, was wir jetzt hier so haben. Der alte Conqueror Webbrowser ist tatsächlich immer noch, wird hier mit Standard gemäß installiert. Ist natürlich absolut nicht zu empfehlen, diesen noch als Internetbrowser zu verwenden, denn der ist mittlerweile ziemlich instabil und leider auch nicht mehr sicher, um im Internet zu surfen. Der Conqueror war damals die Antwort auf den Internet Explorer, der von Microsoft, der gleichzeitig einen Internetzugang gewährleisten sollte und gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, eben in den, ja, auf den lokalen Dateien eben weit so weit zuzugreifen. Und somit sieht er auch so ein bisschen aus wie der alte Internet Explorer. Ja, wenn ich hier auf persönlichen Ordner klicke, ja, sollte rein theoretisch auch der persönliche Ordner so weit angezeigt werden. Ich glaube, das wird es auch. Ich kann jetzt hier einen neuen Ordner erstellen mit dem Namen Mist, weil mehr ist der Ordner nicht. Und dann sieht das Ganze hier auch so aus und dann kann ich in diesem Ordner auch eine Datei erstellen. Mit dem Namen noch mehr Mist, ja, Textdatei zum Beispiel. Ja, und dann kann ich auch so mit dem Conqueror entsprechend in meinem Dateisystem entsprechend rumnavigieren. So, einmal entwerfen, äh, entwerfen, entfernen und jawohl, einmal entfernen und dann ist das Ganze weg. So, den Conqueror werden wir jetzt aber nicht nutzen. Als vorinstallierte Internet Browser ist hier der Firefox 68 ESR, Extended Support Release. Das ist also nicht der neueste Browser, sondern das ist der mit der größten Stabilität auch für ältere Systeme hervorragend geeignet. Ja, hier ist jetzt die Sprache auf Englisch eingestellt, einfach in den Einstellungen entsprechend hier bei Preferences. Dann hier oben L, A, N, G eingegeben. Und dann kann ich hier Search for more languages, Add, German, hinzufügen. Okay, und fertig. Firefox muss neu gestartet werden. Einmal neu starten und schon ist alles auf Deutsch. Ist also ganz einfach. So, ähm, ja, können wir als Standardbrowser dann übernehmen. So, dann, was haben wir denn noch Schönes hier? Wir gehen direkt in die Anwendung. Wir haben hier diverse Büroprogramme. LibreOffice ist nicht installiert, weil LibreOffice, glaube ich, für Slackware auch ein bisschen zu heavy ist. Man kann es auf jeden Fall installieren, nachinstallieren. Ja, hier sind wirklich diverse, äh, wirklich auch alte Programme noch mit drin, die man noch so von früher kennt. Ist wirklich toll, das Ganze auch mal ein bisschen, äh, wieder mal sich anzuschauen, mal ein bisschen auszuprobieren, was man denn so alles machen kann, was man so alles hat. Äh, ja, der, äh, HP Device Manager ist sogar mit installiert. Das finde ich auch sehr interessant. Hier, ähm, sagt er jetzt, es ist kein HP Gerät gefunden. Ich habe jetzt hier keinen HP Drucker oder ähnliches, äh, angeschlossen. Und hier steht dann auch nochmal, wie man in der Konsole ein HP Gerät entsprechend, äh, anschließen kann. Sehr gut, finde ich super. Kann man natürlich auch deaktivieren und deinstallieren, wenn man es denn nicht braucht. So, hier ist Emacs, der Texteditor. Ja, hier steht Texteditor, ähm, und tatsächlich ist das eine ziemlich abgespeckte Version von Emacs. Ja, ich habe hier ein bisschen dieses Ghosting, wie ich das hier sehe. So, ist ein bisschen besser. Und, äh, ja, Emacs ist aber sehr viel mehr als nur ein kleiner Texteditor. Denn, äh, wenn man hier schon in den Menüs reinguckt, also man kann das Ganze hier wirklich als vollwertige, äh, ähm, IDE nutzen. Für Leute, die hier wirklich richtig programmieren, die, äh, auch richtig, äh, Entwicklung, in der Entwicklung sind. Ja, 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 und Dinge entwickeln, Webseiten, Programme und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier, äh, nochmal diverse Webentwicklungswerkzeuge. Äh, 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 der Qt4 Assistant, der ist notwendig, damit man die Qt, das ist diese Bibliothek, die KDE-4 benutzt, Qt4, das man hier entsprechend, äh, äh, auch bearbeiten und zum Beispiel Desclets programmieren kann, äh, äh, ansonsten hier einfach mal ein bisschen rumprobieren, was man noch so hat. Grafik, also GIMP ist schon vorinstalliert, finde ich sehr interessant. Genauso wie Krita. Und ansonsten haben wir hier noch ein sehr altes Color Paint drin. Das ist so die Antwort auf Microsoft Paint und so sieht es im Prinzip auch aus. Finde ich sehr interessant, kann man auf jeden Fall mal mit rumspielen. So, was haben wir sonst noch? Diverse Bildbetrachtungsprogramme. Als Vektorprogramm ist Carbon installiert, sehr interessant. Nicht Inkscape. Inkscape ist ja sonst mittlerweile so die absolute Alternative. So, dann haben wir im Internet, da haben wir diverse E-Mail-Clients. Zum einen Standard-E-Mail-Programm, K-E-Mail wird das wahrscheinlich sein. Dann Seamonkey, sehr interessant. Seamonkey ist quasi eine Thunderbird-Alternative, beziehungsweise auch Firefox-Alternative und beinhaltet sowohl Browser als auch E-Mail-Client so in einem. Das ist im Prinzip ein Fork von Firefox. Kann man hier als Browser und E-Mail verwenden. Sehr schön. So, dann einmal weiter. Anwendung, Internet. So, hier Seamonkey-Mail. Ein FTP-Client haben wir. WPA-GUI, das ist für WLAN. Dann, wenn ich also, ja, Zugriff wurde verweigert. Ach so, ich muss Büro-Root-Rechte eintragen. So, okay. Und dann kann ich jetzt hier den WLAN-Adapter auswählen. Der ist dann meistens schon vorausgewählt. Und dann kann ich, hier die Netzwerke werden dann aufgelistet, die dann hier, die dann gescannt werden. Und dann kann ich mich entsprechend mit diesem Netzwerk verbinden. Ja, wenn du also WPA nutzt, also wenn du WLAN hast und WPA nutzen möchtest, dann ist das die beste Alternative. So, machen wir mal weiter. Was haben wir sonst noch? Internet, genau. Assistenz für Netzwerkordner kann ich dann zum Beispiel mich mit Windows SMB verbinden. Ktorrent ist drauf. Ein Bluetooth-Programm ist drauf. Hier ist K-Mail. Dann weiß ich gar nicht, was das hier oben für eine ist. Ach du Schreck, Kontakt. Ach, älter geht es ja gar nicht hier. Ja. Mail-Modul für Kontakt-Touch. Wow. Krass. So, weiter. Was haben wir noch? So, Internet. Ja, genau. Also K-Mail. Und Thunderbird ist auch drauf. Gut, jetzt haben wir hier quasi drei oder vier E-Mail-Clients drauf. Ob man das wirklich braucht, ist so die Frage. Was man nicht braucht, kann man einfach wieder deinstallieren. So, ein Port-Scanner. Zenmap als Port-Scanner. Sehr interessant. Ein Hexchat, ein IRC-Client, Instant-Messaging. Das ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so aktuell. Das wird kaum noch genutzt. Außer jetzt nur noch für die Geeks, die dann wirklich so in der Linux-Szene noch unterwegs sind. Die nutzen durchaus noch IRC-Server, um miteinander zu kommunizieren. Aber ansonsten gibt es ja mittlerweile so Twitter, Facebook-Messaging und so weiter. Auch Signal, Träma, WhatsApp. Deswegen denke ich mal, wird das Ganze hier auch irgendwann wirklich nützlos sein. So, was haben wir hier noch? Newsreader. Newsnext, Newsreader. Und Webbrowser. So, machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Lernprogramme. Aha, Mathematik. Oh ja, interessant. Ein Grafentaschenrechner. Hier kann man Bruchrechen üben. Ein Funktionsplotter. Also wirklich super, super tolle Sachen auch drauf, die man sonst so auf einer Linux-Betriebsoberfläche sonst gar nicht mehr so findet. Ein Vokabeltrainer. Spielerisches Sortieren von Buchstaben. Also ist auch super gut geeignet für Kinder, so wie es aussieht. Das Alphabetlernen. Karteikartentrainer. Wahrscheinlich auch zum Vokabelnlernen zum Beispiel. Hangman. Wahnsinn. Was haben wir sonst noch? Verschiedenes. Aussprachetrainer. Gedächtnistraining. Physiksimulation. Schreibmaschinenkurs. Also es lohnt sich, wirklich mal diese alten KDE-Programme durchaus mal wieder auszuprobieren und mal so ein bisschen durchzutesten, um mal zu schauen, was kann man denn auch heute noch weiterverwenden. So, kommen wir nun zu Multimedia. Wir haben hier diverse Player, AMZ-Downloader. Muss ich ehrlich gestehen, ich weiß leider jetzt nicht, was das alles ist. Xein, AMZ, da habe ich mich jetzt auch noch gar nicht so sehr mit belesen oder befasst. XMMS als Audio-Player. Ich kenne das eigentlich als DAW. Ah ja, das ist die Winamp-Antwort gewesen. Damals Winamp ist, wer es noch kennt, an 90er Jahre, Anfang 2000er, war ja bei Microsoft, bei Windows sehr, sehr beliebt. Und leider war Winamp aber wirklich nur für Windows verfügbar und nicht für Linux. Und XMMS war dann entsprechend die Antwort da drauf. Sehr schön. Finde ich toll, dass das auch mal wieder da ist. Aber auch, dass es mittlerweile in Zeiten von Spotify mittlerweile gar nicht mehr in Gebrauch. Amarok, ein Klassiker, Audio-Player, sozusagen sowas wie iTunes-Alternative oder Windows-Media-Player-Alternative. So kann man wirklich seine ganze, ich werde das Ganze jetzt hier mal abbrechen, abbrechen und abbrechen. Der möchte sich hier mit verschiedenen Radiostationen verbinden. Das werde ich jetzt hier erstmal unterbinden. So, machen wir nochmal größer, dass hier ein bisschen die... So, ja. Und schließen. So, genau. Hier sehen wir dann, kann man dann wunderbar Wiedergabelisten erzeugen, Podcasts und Internetdienste verbinden. Und ja, das ist wirklich ein üppiger Media-Player auch. Auch damals sehr, sehr beliebt. Gerade bei SUSE Linux, wenn ich mich nicht irre, war Amarok wirklich toll implementiert worden. Oder bei OpenSUSE damals. Gucken wir mal, was wir noch haben. Lautstärkeregler, CDs auslesen, Brennprogramm K3B. Das ist das beste Brennprogramm, was es überhaupt gibt. Aber auch heutzutage kaum noch genutzt, weil wer nutzt schon noch DVDs und CDs? Dann der K-Player. Das ist so ein Multimedia-Player für, ich denke mal, Videos auch. Ja, erinnert einen so ein bisschen an VLC. So, dann haben wir noch ein Audacious Musik-Abspielprogramm und der Dragon-Player als Video-Wiedergabe. Also für jeden war es dabei. Es ist ein bisschen schade, dass das echt extrem vollgepackt ist, auch mit verschiedenen Playern. Ist ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, was man nicht braucht, kann man einfach deinstallieren. Spiele ist hier alles vollgepackt mit Spiele für Kinder, Strategie, Taktik. Da müsste hier Killbots, Brettspiele, also es ist für jeden was dabei, Skat und Solitär ist mit drin. Das haben wir hier als Arcade. Flieger-Bombenspiel, K-Bounce, Bälle einfangen, Collision, Snake. Interessant, Breakout. Also wer da mal wirklich mal wieder ein bisschen spielen möchte, der kann das hier auf jeden Fall wieder tun. Halt, hier waren wir gerade drin. Dann System. Ja, wir haben diverse Terminals noch. Den UX-Term und den X-Terminal. Dann die generellen Einstellungen zum System. Schön finde ich auch, dass H-Top bereits voreingestellt ist oder vorinstalliert ist. Können ja gleich mal gucken. H-Top ist sowas wie ein Konsolen-Prozessmanagement-Programm oder Prozessanzeige. Ich starte das System nachher gleich mal neu und dann gucken wir mal, wie viel Speicher denn KDE hier wirklich verbraucht, weil da steht jetzt um die 700 MB. Das sieht mir ein bisschen viel aus. Allerdings bin ich jetzt hier auch schon am Öffnen und Schließen von Programmen. Und ja, Passwort, K-Wallet-Manager ist bis heute auch bei KDE Plasma mit drin. Und wir haben natürlich K-Konsole, Konsole mit K als Standardkonsole mit drin. So, ich habe den Rechner jetzt einmal neu gestartet und jetzt auch H-Top neu gestartet. Und hier sehen wir jetzt, wir sind jetzt schon weit unter 600 MB von RAM-Speicher von meinem verwiesenen 8 GB. Ja, ich habe also 8 GB zugewiesen und ja, 561 MB sind so im Leerlauf. Das liegt eben auch an KDE. KDE ist nun mal kein Leichtgewicht, was das betrifft. Und es sind ja auch ziemlich viele Dienste auch im Hintergrund gestartet, wie zum Beispiel HP-Lib und so weiter. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das spielt alles auch ein bisschen eine Rolle. Ja, so, dann können wir hier einmal quit. Ja, das war es erstmal soweit mit dem, was hier vorinstalliert ist. Was vielleicht noch ziemlich interessant ist zu wissen, ist, wie kann man denn standardgemäß überhaupt Software installieren? Wenn ich also irgendwas Neues haben möchte, da ist da glaube ich das Beste, einfach mal zu schauen unter Slack-PKG und dann Install, einfach mal schauen, was wir haben. Ja, da kann man hier schön bei der Dokumentation auch mal nachschauen, wie man hier Sachen installieren kann, zum Beispiel Search. Hier steht, wie man Slack-Package-Search machen kann. Allerdings wird Slack-Package so nicht funktionieren. Ich kann jetzt mal tatsächlich Neo-Fetch eingeben. Und da sagt er mir das auch, dass das nicht gefunden wird. Selbst wenn ich das als Sudo ausführe, sagt er mir, nee, ist nicht, weil ich muss tatsächlich das Ganze als Root-User entsprechend nutzen. Wie kann ich das eigentlich verhindern, dass ich das Ganze immer als Root-User nutzen kann? Man kann dem User-Typ noch eine Gruppe hinzufügen, nämlich die Gruppe ADM. Und damit habe ich als User-Typ dieselben Zugriffsrechte auf das gesamte System wie der Nutzer Root. Kann man machen, muss man aber nicht. Oder man geht einfach SU und dann den jeweiligen Root-Nutzer. Und dann hat man hier vorne ein Raute-Zeichen. Ja, sonst ist immer das Dollar-Zeichen. Das ist der Nutzer-Account. Und das Raute-Zeichen, der Hashtag, bedeutet, jetzt bin ich als Root angemeldet. Und jetzt kann ich auch Slack-PKG und dann in dem Fall hatten wir Search Neo-Fetch. Können wir mal schauen. Hier steht jetzt, konnte nicht gefunden werden. Also Neo-Fetch hat er so nicht gefunden. Was haben wir hier sonst noch? MC hat er mir noch angeboten. Gucken wir mal. MC ist der Midnight Commander. Ja, dann ist aber soweit alles installiert, so wie es aussieht. Ja, Neo-Fetch hat er nicht drin. Dann können wir aber mal schauen, wenn wir Neo-Fetch installieren wollen, wie wir das Ganze mal machen können. So, dann schauen wir mal Neo-Fetch Slackware. Einfach mal danach googeln. So, wenn ich also Neo-Fetch installieren möchte, und es ist in den Slack-Package-Repositories so nicht aufzufinden, kann ich auch einfach Neo-Fetch Slackware bei Google suchen. Dann komme ich auch hier bei slackware.pkgs.org. Da gehe ich dann einfach drauf. Da wird dann auch angezeigt, ob das verfügbar ist. In dem Falle ja. Und wenn ich etwas runterscrolle, dann zeigt er mir sogar an, ob das Ganze verfügbar ist. Und vor allem, wie ich das Ganze installieren kann. So, dann nehmen wir einfach mal das Ganze Download. Hier steht Download Neo-Fetch und so weiter. Dann werden wir das Ganze hier mal kopieren, das Binary-Package kopieren. Das können wir jetzt mal ganz toll machen. Das machen wir mit wget. Einmal herunterladen. Jawohl. Gut, das hat er nicht gefunden. So, ich habe das Ganze ohne HTTPS eingegeben. Einfach nur slackware.uk, weil er dann sonst Probleme mit den Zertifikaten kriegt. So, wenn ich das habe, dann gucke ich weiter. Wie mache ich das? Upgrade.pkg.install.new. Okay. Upgrade.pkg.install.new. Und dann Neo-Fetch. Einmal okay. Und er ist fertig. Dann kann ich jetzt Neo-Fetch eingeben. Achso, wir machen mal Exit. So, damit wir wieder als normaler User unterwegs sind. Und dann einfach Neo-Fetch. Und so sieht das Ganze dann aus. Sehr gut. So, und insgesamt sind allerdings 1333 Pakete auch installiert. Das finde ich tatsächlich schon ganz schön viel. Gut, man darf aber auch nicht vergessen, wir haben echt eine ganze Menge installiert. Ja, also es ist wirklich extrem viel drin. Und während der Installation hat man ja auch die Möglichkeit, einfach auszusuchen, was alles installiert werden möchte und was nicht. Ja, man muss halt auch jetzt hier nicht hunderte Spiele installieren. Und ja, kommen wir mal zu meinem kleinen Fazit. Was, für wen ist denn Slackware überhaupt geeignet? Da muss ich erst mal sagen, so für den normalen täglichen Gebrauch finde ich, ist Slackware nicht super gut geeignet, weil da die neueren Betriebssysteme deutlich besser und performanter sind als Slackware. Slackware ist aber hervorragend geeignet auf älteren Geräten. Wenn man wirklich einen uralten IBM oder Fujitsu Siemens Laptop auch hat, kann man durchaus Slackware wieder drauf installieren und das sollte ohne Probleme funktionieren. Slackware ist für den Anfänger, der mal schnell ein Betriebssystem installieren möchte, um zu Linux zu wechseln, überhaupt nicht geeignet. Denn es bedarf einer großen Lernkurve, um Slackware auch zu installieren. Deswegen ist Slackware hervorragend auch für dich vielleicht geeignet, einfach um mal Linux wieder ein bisschen näher kennenzulernen. Das, was so unter der Haube steckt. Einfach zu schauen, wie funktioniert denn das System unter der Haube. Für uns ist es ja mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, über einen grafischen Installer einfach nur auf weiter, weiter und weiter zu klicken. Aber was passiert eigentlich überhaupt die ganze Zeit, wenn man auf weiter, weiter, weiter klickt? Das kann man hier bei Slackware wirklich wunderbar selber lernen auch, so wie es früher war. Mit der Erstellung der Festplatten, auch mit dem Aussuchen der Software, der Einstellung der Tastatur und so weiter und so fort. Und wenn man sich da schön durcharbeitet und auch das eigene Troubleshooting so ein bisschen durcharbeitet, kommt man hier wirklich zu einem sehr, sehr stabilen Ergebnis. Das Gute ist nämlich, wenn man das einmal installiert hat alles und das läuft soweit, dann ist das wirklich stabil. Also da kann man aber auch sicher sein, wenn irgendwas nicht funktioniert, dadurch, dass du das alles selber auch eingestellt hast, weißt du auch schon viel eher, wo du gucken musst, wenn irgendwas nicht ganz so passt. Und das Slackware-Wiki, also die Slackware-Dokumentation, die ist wunderbar ausführlich, wird auch weiter sehr, sehr ausführlich gepflegt. Und da stehen wirklich auch alle möglichen Lösungsansätze drin für Probleme, die eben auch während der Nutzung oder auch während des Installationsbetriebs auftreten können. Deswegen empfehle ich dir, Slackware ruhig auf einer virtuellen Maschine zu installieren und einfach mal ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen auszuprobieren, um auch ein bisschen hinzuzulernen und ein bisschen in Nostalgie wieder zu schwelgen von damals. Ich hoffe, dass Slackware Version 15 auch bald noch rauskommt, dass der Entwickler da auch wirklich weitermacht und das Ganze dann noch weiterentwickelt. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn wenn Slackware 15 rauskommt, dann werde ich definitiv auch nochmal ein Video dazu machen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, es war hier knapp zwei Wochen, die ich jetzt hier mit Slackware am Rumprobieren war. War ein tolles Abenteuer, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann schreib du mir doch mal in die Kommentare, ob du auch Slackware ausprobiert hast und vor allem, ob du auch einer der Ersten warst, die damals Slackware mitgenutzt haben. Hast du damals schon in den 90er Jahren Slackware installiert, insofern du jetzt alt genug bist, das gemacht zu haben oder so, ja, vor Debian? Oder und wie war denn so die Erfahrung bei dir? Wie hast du es denn damals so empfunden, so mit 20 bis 50 Disketten Slackware zu installieren? Schreibt es mal in die Kommentare, diskutiert da mal ein bisschen rum, schwelgt ein bisschen in Nostalgie. Was gefällt euch am besten bei Slackware? Welche Software ist am tollsten? Wo, muss man sagen, können neue Betriebssysteme noch eine Scheibe von abschneiden? Oder wo kann man sagen, hey, Slackware hat hier völlig versagt? Lass es mich mal wissen, da bin ich mal echt gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag, schönen Sonntagabend. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.